Hör mal zu präsentiert Gustl Beierhammer in Der Fluch der Bösen Taten. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Grüß Gott. Könnte ich Herrn Franz Xaver Stumm sprechen? Den Stumm? Den gibt's nimmer. Chef ist die Frau. Da kommt's gerade. Dankeschön. Frau Stumm? Ja. Grüß Gott. Beigl, Kriminalpolizei. Polizei? Ja, halb so wild. Wir haben da bei einem Verletzten, der noch nicht identifiziert ist, das nach unten. Können Sie sich vielleicht erinnern, wer das gekauft hat? Tja, das ist von uns. Nicht stummeln. Aber wer das gekauft hat, das muss sehr lange her sein. Das ist noch unsere alte Aufschrift. Hinten drauf Telefonnummern gekürzt. Kennen Sie die vielleicht? Oder die Schrift? Also da kann ich Ihnen nicht helfen. Ja, wir haben da ganz in der Nähe von Ihnen einen Mann gefunden. Bewusstlos. So circa Ende 30. Grüne Hose, orangenes Hemd, braune Lederjacke. Braune Lederjacke? Ja, ich hab da ein Foto. Wie hat sowas aussieht. Kennen Sie den vielleicht? Ja. Das ist unser Kfz-Meister. Otto Jirisch. Da bringe ich anscheinend eine schlechte Nachricht. Wie heißt der? Jirisch? Was ist ihm passiert? Ja, das wissen wir selber noch nicht. Mit Vornamen Otto. Otto. Wo ist er? In der neurochirurgischen Schädel-Fraktur. Wissen Sie zufällig sein Geburtsdatum? Geboren. Am 7.8. 1933, glaube ich. In Innsbruck. Und sein Wagen? Österreicher. Sein Wagen? Ja, er ist gestern Abend weggefahren und nicht mehr heimgekommen. Woher wissen Sie das? Was er heute Morgen nicht zur Arbeit kam, da bin ich hinter und es ist eine Wohnung. Das Bett war unbenutzt. Ach, er wohnt bei Ihnen. Eine Werkswohnung. Könnte ich die mal sehen? Ja, eigentlich wollte ich in der Klinik anrufen. Also bitte. Können Sie mir die Autonummer von Ihrem Meister geben? Die Autonummer? Ja. M-N-U... Nein, nicht. Ich lasse es Ihnen im Büro. Gika! Stell dir vor, da hier ist meine Tochter ein Herr von der Polizei. Feige? In der Klinik liegt er. Schädelbruch. Bewusstlos. Denn die Wohnung kann Gika Ihnen auch zeigen. Ich muss telefonieren. Und hier, aber schließt wieder... Sie sind also die Tochter und heißen Gika. Komm, von Gisela. Darf ich fragen, wie alt respektive wie jung Sie sind? 18. Was ist denn passiert? Das müssen wir erst ermitteln. Bitte? Danke. Projektor. Stereo. Projektionswand. Für was? Er fotografiert. Schöne Wohnung. Behaglich. Wie lange wohnt der Herr Iris schon da? Weiß ich nicht. Sie als Tochter des Hauses müssen das doch wissen. Ich bin ja seit Ostern hier. Und wo waren Sie vorher? Im Internat. Ah ja. Dankeschön. Der Mann war bei der Einlieferung klinisch stutt. Jetzt arbeitet der Kreislauf wieder. Er hängt noch am Beatmungsgerät. Ob er aber zu sich kommt, ist fraglich. Ja, die Frage ist doch... Ich meine, ich verstehe nichts von Medizin. Ja, bloß solche Fälle schon öfter gehabt. Ob ein derart geschädigtes Gehirn, selbst wenn er zu sich kommt, noch intakt ist. Das kann man heute noch nicht sagen. Das hängt vom weiteren Verlauf ab. Ja, Herr Doktor, eine Frage. Kann ich ihn sehen? Selbstverständlich. Wenn Sie bitte um die Ecke gehen, zeigen Sie der Schwester Ihren Ausweis. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiederschauen. Nein, der Chef hat angeordnet keinen Besuch. Sie haben nichts davon. Der Patient ist unbewusst zu sein. Dann stellen Sie ihm bitte wenigstens die Blumen hin. Ja. Vielen Dank. Okay. Ja, bitte. Kriminalpolizei. Ich habe Erlaubnis vom Chefarzt. Was ist da schon? Ich bin mir alles verimpressiert. Falsch parkt. Mhm. Die Tür ist nicht zu. Und der Schlüssel steckt auch noch. Abschleppen. Sonst gibt es auch was vom Schwurenhaini. Ist der Feigl Jung nicht da? Du... Hier habe ich den Untersuchungsbefund vor dem Auto. Ich war selber auf ihn. Schwein gehabt mit dem Jirisch, was? Das ist gut miteinander. Gratuliere, Herr Feigl. Feigl. Das war Blitzarbeit, was Sie da gemacht haben. Ja, das ist der Fluch der Anfangserfolge. Kommt meistens ein dicker Hund nach. Ich habe noch keine Zeit gehabt zum Mittagessen. Unseren Grundzeugen jedenfalls, wenn wir nach menschlichem Essen nicht mehr vernehmen. Ja. Was war breit los? Die Untersuchung... Schießt du zuerst los. Also da wäre einmal der Untersuchungsbefund von dem Autofunk in Jirisch. Ja, ich habe es über Funk gehört. Schnell haben sie gehabt. Sind Sie doch so menschenfreudig und bringen Sie dem Herrn Feigl einen Kaffee? Ja, ja ins Büro. Gut. Im Auto wurde gefunden ein zerlegbares Abschleppgerät. Dazu ein Wagen in die Vorrichtung. Was ist denn für ein Wagen? Ein Porsche. Ein Umgebauter. Sie hat mir ihn angeschaut. Flotter Feger. Abschleppwagen ist das auch nicht gerade. Nein, nein, bei mich auch nicht. Das Gerät ist benutzt. Abschiffungen, Fingerabdrücke, Roststellen an der Trasse. Fingerabdrücke von wem? Von ihm oder von einem anderen? Nur die vom Jirisch. Dann die Rohschlüssel. Na ja, die KS-Roh. Von vorne im Fach. Na, der Mechaniker. Weiter. Na, dann haben wir noch diese Autokarten hier. Sind Telefonnummer draufgeschrieben. Lauter Nieten. Nach Auskunft der Postmeldestelle nur Lieferanten und Kunden. Habe ich alle angerufen. Bis auf den. Der war unterwegs. Ja. Jetzt müsst ihr daheim sein. Ja. Aha. Ja. Stehen Sie sich mal daher. So. Danke. Lassen Sie das manche selber. Ist es nett von mir. Danke. Einstimmiges Urteil. Eine reelle Firma und ein tüchtiger Meister. Und was ist mit der KFZ-Nummer da? Von wem ist die? Die heißt... Schmitts Makler. So. Na, da rufen Sie dann noch einmal an. Äh, sonst noch was? Ja. Die Laboranalyse. Ach, die ist auch schon da. Am Fahrersitz Gewebsabschürfungen von Grün- und Kunstfasermaterial. Grün ist nicht die Hose von dem hier? Die sind von der Hose. Außerdem langhaarige Schafwollfasern an den Rückenlehnen. Und zwar vom Fahrer- und Beifahrersitz. Schafwoll. Naturfarbige lange Fasern. Und die Hauptsache, bei den Schafwollfasern am Fahrersitz Blutspuren. Und zwar von zwei verschiedenen Blutgruppen. Eine ist die vom Jirisch. Aha. Am Fahrersitz wurde außerdem ein blutgetränkter, winziger Stoffres gefunden. Wie wir schon einen haben von einem Hemd. Aha. Dann ist also der Jirisch zuerst am Steuer gesessen. Ja, und der mit dem Schafwollzeug neben ihm. Aha. Also das Labor meint, es handelt sich um eine Strickjacke. Naja, und so einen Janker, wie wir ihn haben. Ja, das würde ich auch sagen. Und der, der den Strickjanker haben gehabt hat, der ist zuerst daneben gesessen. Und dann mit dem Auto abgekaut. Nachdem er den Jirisch niedergeschlagen hat. Aha. Dann hätten wir also eine Blutgruppe, einen Strickjanker und einen 0815. Ja, und Fingerabdrück. In dem Auto müssen da ein Fingerabdrück gewesen sein. Viele, aber nur vom Jirisch. Aber das gibt's doch nicht. Da müssen andere Fingerabdrücke auch noch gewesen sein. Am Steuern. Schauen Sie her. Überzeugen Sie sich selber. Fingerabdrücke nur von dem Verletzten. Na, dann ist der mit Handschöpfern. Geht uns mal, das zeigt dann lieber, bitte. Was haben Sie von dem Bisserl schon gesagt? Ja, ich lebe von der Substanz. Außerdem macht mein Hund auch was. Geht doch nicht auf die Heizung, da wird's ja gestinkert. Ach so. Da glaubst du, mein Hund frisst was gestinkerts? Da leg ich's nicht mehr an den Kühlschrank. Sie, jetzt haben Sie es aber harschhaft beieinander, gell? So. Und nun komme ich mit meinen weniger attraktiven Meldungen. Also schießen Sie los. Die Nummern auf dem Tüterl, da ist was faul. Die melden sich entweder gar nicht oder mit einem Hallo und legen auf. Das sind zwei Häuser in Schwabing, ich war dort so 40, 50 Parteien. Ja, und? Na, da gibt's nur eins, Bewachen und das Tag und Nacht. Aber Gelenz, was ist denn das für ein Aufwand? So viele Leute haben wir gar nicht. Moment, Moment, dieses Tüterl war in seiner Tasche. Wie ist es hineingekommen? A, ist das ein alter Aufdruck. Die Firma Stumm hat halt einen ganz anderen. B, ist das gar nicht seine Schrift. Wir werden natürlich einen Sachverständigen hinzuziehen, aber vergleichen's doch selber. Das ist eine Auftragskopie von der Firma Stumm, von Jirisch geschrieben. Da brauch ich doch gar keine Grafologe sein. Seine Schrift zügig geübt und das da, eine Glaube. Trotzdem, ich hab ein Gespür. Ich nicht, aber eine Relation muss alles haben. Zwei Häuser bewachen, zig Parteien beobachten. Bitte, Herr Feigl, probieren Sie es selber. Das ist die eine Nummer. Wer spricht dort? Und das ist die zweite. Dasselbe Haus. Da geht keiner hin. Und die dritte. Haus Nummer zwei. Das ist genauso. Da meldet sich eine weibliche Stimme Ja. Und fragt mal, wer spricht, hängt sie ein. Na? Sauber ist das nicht. Sag ich ja nicht. Ich will auch nicht Initiativen bremsen. Aber bitte schön auf dem Teppich bleiben. Eine Großfahndung, wie der Lenz da meint, ist vorerst nicht drin. Und das Titel da, das ist vorerst ein zweitrangiges Intitz. Aber bitte schön, wenn Sie meinen, gehen Sie halt hin. Was ist denn? Das ist doch schwer, ja. Polizei, Ihren Ausweis. Was, wo lange der eigentliche Schreiner mehr gehört, oder? Das ist vielleicht ein Frauenzimmer. Ein Frauenzimmer, ja! Sieh, was glauben Sie eigentlich? Wir fragen hier anständig nach Ihrem Aus... Kommt los her, Bubsche! Für solche Witze fehlt mir der Humor Ihren Ausweis. Da hast du... Au! Au, du Armläustert und dust mir weh! Mein Arm! Schön mit der Blutbekanne! Au! Scheiß Butter! Au! In Ihrem Wagen liegt frisch gewaschen, der Janker. Und Sie sagt, der Janker gehört hier. Ja, Ihre Größe. Ich habe ihn natürlich sofort auf Blutspuren angeschaut. Ich frage, warum ist denn der so sauber? Sagt sie Idiot, sagt sie zu mir. Ja. Weil ich ihn gewaschen habe. Na ja, jetzt wollen wir mal schauen, was er das Vapor verlassen lässt. Herr Feigl, ein Frauenzimmer, das ausschaut wie die und der Janker frisch gewaschen. Sicher, Lenz. Aber da müsstest du doch verletzt sein. Zugegeben. Aber wer sagt denn, dass ich die Verletzungen im Gesicht haben muss? Lassen Sie mich fahren. Ja? Die Marcelin Mathilde Jahn. Dankeschön. Und warten Sie bitte draußen. Ja. Na, ausgeschlafen? Das sind ja nette Sachen, die man da von Ihnen hört. Ich war blau und anfasse, lasse ich mich nicht. Ja, wir lassen Sie nicht blau Autofahren. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ich stehe lieber. Ja, wie Sie wünschen. Wo waren Sie Sonntagnacht? Das habe ich doch dem da schon gesagt. Wollen Sie es nicht mir auch sagen? Na, strunze war ich. Hä? Bummelle. Mit der Glücke. Na, wenn Sie es schon wissen, was fragen Sie dann? Nein, mit der Glücke. Ich kann mich nicht erinnern, ich war blau. Sie waren am Sonntagnacht blau? Was haben Sie noch im Hals? Das geht Sie gar nichts an. Nehmen Sie mal Ihre Hand da weg. Nehmen Sie Ihre Hand da weg. Wo gibt es denn sowas, dass Bulle handgreiflich werden? Herr Feiglzimmer 323, geschicken Sie mal zwei von unseren Damen zur Durchsuchung. Aber kräftige. Danke. So, Mathilde, jetzt reicht's. Bitte. Und zwei Herren zur Gesellschaft. Mein Jack und mein Tasch. Ja, bis gut, komm es rein. Bis guten Tag. Und nebenan, schauen Sie sich mal die Verletzungen an. Ich stehe im Verdacht mit dem Fall Jirisch am Häusern zur Pflaster, aber seien Sie vorsichtig, Herr Schlägerin. So, Mathilde, damit Ihr Schamgefühl nicht verletzt wird, werden jetzt die Damen die Durchsuchung vornehmen. An Ihnen liegt es, wie sie sich gestaltet. Bitte schön. So, meine Herren. Die Tür bleibt angelehnt. Wenn Ihr mich anfasst, dann klebe ich Euch an, dass Euch die Zehn zum Arsch rausfliege. Bitte. Wie hätten Sie es denn gern? Schon einmal gehört, dass man beim Saufen Zores kriegen kann. Und die Verletzungen haben Sie sich wann zugezogen? Sonntagnacht. Und wer hat Sie so zugerichtet? Das habe ich doch jetzt schon hundertmal gesagt. Schwarz ist nicht schwarz-blau. Ja, dann werden wir Sie leider hier behalten müssen. Bis dann zu gut nehmen wir es jetzt mitunter. Ja. Aber Sie gestatten doch, dass ich mich vorher anziehe. Ja, selbstverständlich. Aber der Janker, der bleibt dort. Wissen Sie, was ich mich könne? Ich glaube nicht, dass ich der Einladung Folge leiste. Danke, meine Damen. Ja, gut. Das ist allerdings verblüffend. Wenn es uns kennt, der Lenz hat vielleicht ein Glück gehabt, was? Was haben Sie gesagt? Ein zweitklassiges Indiz. Lenz, gegebenenfalls leiste ich ab, bitte. Und mache sogar einen Kniefall. Aber jetzt an die Arbeit. Erstens Haftbefehl für die Person. Und zweitens Blätst einmal das Fernschreiben da. Lenz, ich kann Sie leider noch nicht in Ihr wohlverdientes Bett entlassen. Es wird ein langer Tag für Sie. Wir müssen alle Mann hoch zur Frau Sturm. Eie. Was? Jirisch ist vorbestraft. Eine Polizeiakte über ihn existiert in Hamburg. Für mich ist das eine Katastrophe. Ich bin nicht vom Fach. Ich habe das nicht gelernt. Ohne Kfz-Meister bin ich aufgeschmissen. Was sagen die Leute denn Ihnen? Wir geben Sie nicht einmal Auskunft am Telefon. Uns sagen Sie auch bloß das, was wir eh schon wissen. Immer noch bewusstlos. Ja. Frau Sturm, ich muss Sie bitten, dass wir einige Erhebungen machen dürfen. Ja, bitte. Bitte, meine Herren. Mit Frau Sturm spreche. Sie sind widmet. Ja. Und der Jirisch führt praktisch das Geschäft? So ungefähr. Wie lange ist er schon da? Nicht ganz drei Jahre. Was wissen Sie über sein Privatleben? Nichts. Ich habe mich nie darum gekümmert. Wie war das am Sonntagabend? Sie haben also gesehen, wie er wegfahren ist, haben Sie gesagt? Ja. Das war so, na ja. Acht wird es gewesen sein. Also 20 Uhr. Ja, was haben Sie dann gemacht? Ich? Zu Hause war ich. Und später? Nachts. Da war ich auch zu Hause. Spät ins Bett und schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Warum? Irgendein besonderer Grund? Die Unruhe. Ich habe nicht heimkommen hören. Aber Witze. Ein Mann in seinem Alter. Ist doch ganz natürlich, dass sich der einmal eine Nacht um die Ohren hält. Aber er hat gesagt, er kommt gleich zurück. Ach, äh. Sie haben uns vorher gesprochen? Nachmittag. Ich habe eine Verabredung, hat er gesagt. Aber ich bin bald wieder zurück. Eine Verabredung mit wem? Das weiß ich. Schauen Sie, der Jirisch als einziger Mann im Haus. Es stand eine stillschweigende Vereinbarung, dass er mich informiert hat. Das Gelände ist weitläufig. Der Tankbott vorne an der Straße hört mich, wenn hinten was wäre. Und Sie wohnen da in dem rückwärtigen Haus? Ja. Mit Ihrer Tochter allein? Nachts, ja. Sonst haben Sie keine Kinder? Doch, zwei Buben im Internat. Was sollte ich machen? Und mein Mann startet plötzlich. Ich stand da. Die Kinder, das Geschäft. Und was hat Ihre Tochter am Sonntagabend gemacht? Gicka. Die ist ins Kino gegangen. Gicka! Zieh dich an! Mach die Musi aus! Einer von der Polizei! Ich habe noch ein paar Fragen. Sie hat gerade Mittagspause nicht das Ding, das man den ganzen Tag aus umeinander legt bei uns. Sind Sie verwandt hier? Ich bin die Putzfrau. Ich komme wegen Herrn Jirisch. Sie wissen, wie es ihm geht? Nicht gut. Gar nicht gut. Wissen Sie, mit wem er bekannt oder befreundet ist? Keine Ahnung. Sie sehen ihn doch täglich. Nicht täglich. Jedenfalls wohnt er bei Ihnen. Wir müssen uns doch auch wissen, mit wem er verkehrt. Ich bin ja seit ein paar Monaten da. Wo waren Sie denn am Sonntagabend? Im Kino. Wo? Roxy. In was für einem Film? Der Pate. Und nach dem Kino? Bin ich nach Hause gefahren? Man war uns nicht da daheim. Vor elf. Fragen Sie doch meine Mutter. Kann ich einmal telefonieren? Da. Danke. Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Welcher Film lief denn bei Ihnen am letzten Sonntag? An ich der Pate? So. Dankeschön. Vielen Dank. Der Pate ist seit 14 Tagen abgesetzt. Jetzt läuft der letzte Walzer. Okay, stimmt nicht. Im Paten war ich vor drei Wochen. Warum lügen Sie denn dann? Wo waren Sie am Sonntagabend? Meine Mutter, habe ich gesagt, ich war im Kino. Wo waren Sie wirklich? Bei einem Mann. Wie heißt er? Sage ich nicht. Sie sind einerseits eine erstaunliche junge Dame. Andererseits werden Sie nicht so naiv sein und glauben, dass die Polizei sich damit zufrieden gibt. Wer ist der Mann? Jemand, gegen den meine Mutter was hat, deshalb darf sie es nicht wissen. Sie ist ziemlich autoritär. Trotzdem muss die Polizei erfahren, wie er heißt. Ich sage es aber nicht. Im Ernstfall kommen Sie damit nicht durch. Ist denn das ein Ernstfall? Sie bleiben also dabei. Sie waren mit einem Mann zusammen, dessen Namen Sie nicht nennen. Ja. Tja. Dann sehen wir uns wohl noch öfters. Der Fall ist doch klar. Eifersuchtstragödie. Nichts anderes. Wieso meinen Sie das? Haben Sie dafür Anhaltspunkte? Ich bitte Sie. Bei einem Mann wie den Otto Jirisch. Das sieht man doch. Wie meinen Sie denn das? Aufträge bringt der Herr. Aufträge. Der kann unserer noch arbeiten bis an sein Lebensende. Wird nix notiert. Verstehen muss man es. Manieren für die Weiber. Mach ja halt 50% von unserem Umsatz aus. Was fragen Sie denn? Mit den Ohren putzt sie ja nicht. Es geht um Jirisch. Der Jirisch? Der ist mir wurscht. Dieser Mensch ist sich keinen Schuld an allen. Und jetzt hat sie ihn erwischt. Den tüchtigen Herrn Jirisch. Wissen Sie was von seinem Bekanntenkreis? Von seinem Umgang? Im Betrieb gibt es keinen Umgang. Und auch feierabend frei heim. Ich habe nämlich keine Werkswohnung. Rustikaler Charme, sagt eine Kunde. Kommt immer ab. Und auch als Arbeitskollege. Und was wissen Sie privat? Ich meine, mit wem verkehrt das so? Da kann ich eigentlich nichts sagen. Der Kontakt endet für uns mit dem Feierabend. Eine Frage. Besitzen Sie zufällig einen Schaufoljanka? Ja. Was haben die für Farben? Zu mittel. Wie soll ich sagen? Grau. Braun. Naturfarben. Natur? Ja. Warum? Wo waren Sie am Sonntagabend, beziehungsweise Sonntagnacht? Warum? Bei mir zu Hause. Sind Sie bei Eirat? Nicht mehr. Meine Frau ist mir davon. Dann hätten Sie also keinen Zeugen. Alles Hemden, der ganze Schrank voll. Nur das gehört nicht dazu. Wie kommt denn das da rein? Gehört das Ihnen? Da liegen ein paar Größen dazwischen. Meiner Tochter gehört es. Es muss mit der Wäsche rübergekommen sein. Und früher hat es keine Werkswohnung gegeben? Nein, früher gab es keine. Früher habe ich einen Mann gehabt und keine Angst. Und dann haben Sie Ihren Kfz-Meisterabst geländigen. Ja, das habe ich. Ja, aber das liegt doch ein bisschen abseits alles. Da gibt es eine Alarmanlage. Einen Druck und alles ist taghell. Dazu holt die Sirene. Wie war das eigentlich, wie der Jirich zu Ihnen gekommen ist? Haben Sie ihn dann nicht gefragt, was er vorher gemacht hat? Ach, Sie meinen seine Zeugnisse? Na, die sind in Ordnung. Wann könnten Sie anfangen? Ja, wann Sie wollen. Von mir aus auch auch froh. Zeugnisse haben Sie Gute. Dann zeige ich Ihnen mal den Betrieb. Wo waren Sie denn die letzten Jahre? Ja, da war ich im Ausland. Der Traum vom großen Geld. Ich wollte mich selbstständig machen, aber naja, Sie wissen ja, wie es so geht. Wo war denn das im Ausland? Wissen Sie, wo Fulsbüttel liegt, beziehungsweise was Fulsbüttel ist? Gehört habe ich schon, das ist doch... Fulsbüttel, Stadtteil von Hamburg, Strafanstalt. Das ist das Ausland, wo Jirisch von 68 bis 71 war. Ach. Ja, er ist vorbestraft. Das auch noch. Hauptsache, er wird wieder gesund. Er wollte uns gar nicht wissen, warum er eingesperrt war. Ist doch egal jetzt. Wahrscheinlich schlechte Gesellschaft, in die er geraten ist. Es lässt sich alles reparieren, solange einer lebt. Ist es jetzt überstanden? Ich danke Ihnen, Frau Stuhl, dass Sie uns keine Schwierigkeiten gemacht haben. Und wenn Sie mal einen Raut brauchen, rufen Sie mich doch einfach an. Vielen Dank. Sehr freundlich. Frau Stuhl, kann ich Sie ein Augenblick sprechen? Jetzt hat schon wieder einer Ihrer Kunden, der bei uns versichert ist, seinen Wagen als gestohlen gemeldet. Ich stehe Ihnen gleich im Büro zur Verfügung. Sie entschuldigen. Für mich war die Wohnung präpariert. Nicht eine Zeile, nicht einmal eine Postkarte. Und die Ordnung? Da ist was gegangen. Die Frau ist so gutgläubig. Sie hat nicht einmal gewusst, dass er vorbestraft ist. Sagt sie. Es ist die Wahrheit. In dem Haus sagt keiner die Wahrheit. Jedenfalls nicht die ganze. Der Knüller bei den Huren sind immer die Notizbücher. Wer da alles drin steht. Das Bücherl, wenn die Mathilde an eine Illustrierte verkauft, gibt sie dann einen Erdrutsch. Ja, und sie ist ihre Kundschaft los. Also wird sie es nicht tun. Nicht da. Und er geht nicht hin. Den abgehauen ist er. Den hat der Anruferei gestern vertrieben. Zweiunddreißig Mal habe ich angerufen. Zweiunddreißig Mal habe ich angerufen. Das ist nicht wichtig. Aber Sie haben doch geläutet. Ja, ich bin Vertreter. Ich wollte was verkaufen. Und da hauen Sie an die Tür. Polizei, Ihren Ausweis bitte. Mein Ausweis. Ich hab... Weg doch! Ja, und da geht er stiften. Georg Loy. Kein Ausweis, keinen festen Wohnsitz, keinen ständigen Beruf. Auf Studienreise. Und das soll man ihn abnehmen. Ist aber so, leider. Und die Verletzungen haben Sie sich dem Suft zugezogen? Genau, so weit Sie nicht von der Polentis stammen, Herr Kriminalrat. Aber Zeugen haben Sie keinen? Ach, Zeugen hätte ich schon welche. Ich meine, ich könnte es auch beschreiben, bloß die Namen. Namen weiß ich nicht mehr. Und wenn Sie geboren sind, wissen Sie auch nicht. Den Tag nicht, nee. Ich bin Findekind, Herr Kriminalrat. Geboren wurde ich so Ende Mai, Anfang Juni 1930. In Berlin, also ich meine, das steht fest, da können Sie... Feige klangt, bin kein Kriminalrat. Ist Ihnen der Name Jirisch ein Begriff? Jirisch, Jirisch, nie gehört. Mathilde Jan? Nee, auch nicht. Haben Sie so einen Schafohjanker? Ein wat? Nur so Jacken, als Schafohle. Ich kenne gar nicht sowas. Ist was? Was haben Sie eigentlich für eine Haarfarbe? Gefällt es Ihnen nicht? Blond? Ja, komisch, dass der Ansatz zu dunkel ist. Ja, vielleicht ein bisschen ausgebleicht. Quaier sehr viel an der Sonne. Keine Fingerabdrücke. Dann schauen Sie mal her. Geht, zeigen Sie mir mal Ihre Finger. Was soll denn das? Ihre Finger sollen Sie zeigen! Tatsächlich. Keine Papillarinien. Das ist der erste Fall, der mir unterkommt. Gehört habe ich schon öfter davon. Wom sind Sie denn denn die Finger geholt? Ich habe mal eine chemische Fabrik gearbeitet, da ist was explodiert. Wo war denn das? Algier. Ja, weiter weg ist Ihnen nichts eingefallen. Sie in Algier gibt es auch Interpol. Blutgruppe? Die Gesuchte. Dasselbe wie... Das Sie wissen schon. Ah. Die Haare sind auch gefärbt. Naturfarbe, dunkelbraun. Eine Schlussfrage. Warum schießen Sie, wenn Sie nach dem Ausweis gefragt werden? Die Schossen habe ich nicht. Aber Sie wollten. Ich fühlte mal bedroht. Ja, das ist das Höchste. Bis morgen lassen Sie noch eine bessere Geschichte einfolgen, gell? Abführen des Findelkind. Wenn Sie mir so, wenn Sie mir verhaften wollen, ja, dann... Dann will ich aber erst mal Haftbefehl sehen. Das ist gut, Gläu, abführen. Außerdem habe ich... Ich muss sofort aufs Tanken. Ja, abführen. Abführen. Ein schwerer Junge. Finger mit Salz soll ich unkenntlich machen. Na, der Fagel. Die Blutgruppe haben natürlich viele. Na. An das Bundeskriminalamt. Brett Schneider setzt jetzt einen Text auf. Sehen Sie sich doch mal das Funkbild an. Den kenne ich doch. Wo kommt denn das her? Aus München. Hier im Begleitschreiben steht näherer Angaben nicht möglich. Der angeblich Findelkind. Name Loy. Findelkind ist gut. Wir haben doch die Akte Schulein hier. Oder? Schulein? Natürlich, das ist der Schulein. Geben Sie mir doch mal den Vorgang. Hier. Edort Schulein. Beruf Schlosser. Geboren am 3. Juni 30 in Berlin. Und hier im Fernschreiben keine näheren Angaben möglich. Klar. Das sagt der Findelkind. Der Bursche liegt, wenn er es Maul aufmacht. Soll ich die Unterlagen nach München schicken? Ein Fernschreiben mit den wichtigsten Fakten genügt. Sie sind ja schließlich auch noch an ihm interessiert. Besser noch, Sie rufen München an. Ich spreche mit dem Kollegen Feigl persönlich. Brettschneider, kommen Sie mal rüber und schreiben Sie mit. Wer ist der? Schulein Eduard. Geboren am 3. Juni 1930 in Berlin. Vom Beruf Schlosser. Sagen Sie mal, Kollege Trimmel. Unser Kandidat hier, der Otto Gierisch, der war doch von 1968 bis 1971 in Fulstbüttel. Genau. Und der andere, wie heißt der jetzt? Schulein. Der Schulein. Der war doch auch in Fulstbüttel. Haben Sie da Kontakt gehabt miteinander? Anzunehmen. Ich lasse nachfragen. Aber hören Sie, Feigl, wenn er es ist, Vorsicht. Der Mann ist ein alter Ausbrecher. Ja, wir werden aufpassen. Ja. Vielen Dank und... Na ja, privat, ja. Man lebt, ne? Ja. Ja, Ihnen auch. Dankeschön, Herr Kollege Trimmel. So, Breuer Schneider. Die Daten haben Sie und jetzt besagen Sie Ihnen gleich... Ich hab's schon kapiert. Schulein Eduard, 3.36 Berlin. Schau gleich einmal nach. Hier ist die Faseranalyse vom Labor. Leider nicht hundertprozentig bestimmbar, ob's die gleiche ist. Der Jirisch ist gestorben vor einer Stunde. Hanruf vom Schäferarzt. So. Naja. War zu erwarten. Ein Kollege bringt die Jan-Matilde. Sie wollten sie sprechen. Umgekehrt. Sie wollten mich sprechen, hat sie mich wissen lassen. Aber bitte. Kommen wir's rein. Ich hab die Nase voll, gib's mir ein Stück Papier. Die Initiative da drin liegt zwar bei mir, aber... Bitte. Schreibstift auch gefällig. Ja, klar. Da war ich Sonntagnacht. Das mit das Sauftor, das stimmt nicht. Sagen Sie mal, Sie haben wohl nicht alle Tassen im Schrank. Da waren Sie. Da hab ich auch die Sache her. Das ist seine Geheimnummer. Ruf ist der Arsch will hier heraus. Ja, Herr Professor am Apparat. Hier Feigl, Kriminalpolizei. Bei mir hier ist eine Mathilde Jahn. Die gibt an, sie wär Sonntagnach bei Ihnen gewesen. Stimmt das? Kennen Sie nicht. Danke. Entschuldigen Sie die Störung. Sie haben sie erkehrt. Feischling. Rufe Sie noch einmal an, gäbe Sie mir den Hörer. Zum Deibel, mache Sie schon. Ich bin mit den Nerven fertig. Das ist schön. Mathilde, ich ruf aus dem Polizeipräsidium an. Ich bin da in der Sache gerade, was irgendein paar Arschlöcher aufgrund von so einem Indizium ist, zusammengestoppelt habe. Lass mich ausretten. Ich stehe unter Mord- und Totschlagsverdacht. Und das ist kein Witz, sag ich da. Eine Stunde hast du Zeit. Wenn du bis dahin hier in dem Scheißdezernat aufgekreuzt bist, dann... Was wäre Zimmernummer? 323. Dritter Stock. 323. Dritter Stock. Im Präsidium taucht der Herr Professor auf. Ja, gewiss. Das stimmt. Sie war in der fraglichen Zeit bei mir. Wir haben uns amüsiert, haben ein bisschen getrunken. Und waren vergnügt. Und was die physischen Signaturen betrifft, so ist es durchaus möglich, dass sie bei unseren Spielen entstanden sind. Kann ich nur meinen Pass wiederholen? Bitte schön. Ich danke. Spiele, sagen Sie. Das sind aber doch recht massive Verletzungen. Die sich gar nichts angehe. Spiele, ja. Und Spiel ist ein freiwilliger Akt, Herr Oberinspektor. Und wenn es dabei zu Beschädigungen kommt, ist das wohl kaum strafbar, oder? Ich danke für die Aussage, Herr Professor. Protokollierung bitte nebenan. Kommen Sie doch bitte mit. Protokoll? Ja, das ist bei der Polizei so der Brauch. Dann muss ich aber bitten, dass das diskret behandelt wird. Ja, bestimmt. Und ich bin frei? Selbstverständlich. Alles Weitere pfeift euch, mein Anwalt. Zwar Dachknast. Ihr Korinnekacker. Sie! Lenz! Nie antworten in so einem Fall. Jetzt sind Sie enttäuscht, ha? Die Erfolge auf Anhieb sind auch in der Kriminalistik selten wie in Lotto-Treffen. Lassen Sie nur, ich schließe schon selber ab. Ich muss nochmal rein. Wiedersehen, bis morgen. Wiedersehen. Guten Abend, Frau Stumm. Guten Abend. Ich muss Ihnen eine Mitteilung machen. Oder wissen Sie es schon? Es tut. Vielleicht besser so. Tja. Ich habe nicht gewusst, ob Sie es Ihnen sagen würden, wenn Sie in der Klinik anrufen. Tut mir leid. Ich sage, bitte kommen für Barbaria 252. Geh, stellen Sie mal fest, wem die Nummer gehört. M. Theodor Ulrich 2008. Ein Opel, glaube ich. Muss ein Versicherungsmensch sein. Ja, Ende. Sie? Ach, Sie? Schon wieder? Kommen Sie rein. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Können Sie den? Freilich? Sie kennen? Das ist ja der Preis. Mit dem habe ich Krach gehabt. Was für ein Preis? Ja, Mama weiß ich nicht. Ich habe ihn gesehen. Wann war das? Das war sie im voriges Jahr. Können Sie sich erinnern, hat er Ihnen einen Schafvolljanker angehabt? Hat er. Wissen Sie das bestimmt? Deswegen habe ich mich doch so geärgert. Das war der vom Stumm. Kommt der daher mit dem Janker. Stumm? Herr Stumm? Den hat sie hergeschenkt. Sie? Wer ist das? Die Frau. Und das sagen Sie nicht? Nach dem Janker habe ich Sie gefragt. Haben Sie nicht. Ich habe Sie in allen Einzelheiten darauf hingewiesen. Jetzt werden Sie mir aber nicht trollig. Nach dem Jüdisch haben Sie mich gefragt. Und ich habe Ihnen gesagt, dass mir der Wurscht ist. Und ich kann Ihnen wirklich nichts anbieten? Nein, nein, danke. Ich will Sie gar nicht mehr lange aufhalten. Sie halten mich nicht auf. Ehrlich gesagt, ich bin sogar froh, dass Sie gekommen sind. Es war halt so eine Idee von mir, weil die Firma Stumm bei Ihnen versichert ist. Seit Jahren schon. Genau gesagt, seit der Stumm das Geschäft angefangen hat. Es ist aber doch auffallend, dass nach dem Tod vom Stumm, ich meine seitdem der Jirisch da war, die Versicherungsfälle angefangen haben. Herr Feigl, wenn wir jetzt weiterreden, dann komme ich gelinde gesagt in eine unangenehme Situation meiner Direktion gegenüber. Haben Sie denn einen Verdacht? Haben Sie vielleicht einen Verdacht? Das können wir gar nicht. Dürfen wir auch nicht. Wieso, was dürfen Sie nicht? Wenn sich die Versicherungsfälle häufen und wenn, wie Sie sagen, einer wie der andere ausschaut? Herr Feigl, wir sind nicht die Polizei. Wir sind eine Versicherungsgesellschaft. Glauben Sie nicht, das ist am besten. Wir reden mit zwei Menschen miteinander, die nur an einem interessiert sind, an der Wahrheit. Hier ist die Akte Stumm. Ich habe sie mit nach Haus genommen, schon vor längerer Zeit. Seit über zwei Jahren werden Autos gestohlen, die bei Firma Stumm gekauft und bei meiner Gesellschaft versichert sind. Immer sind es dieselben Wagentypen. Immer haben Sie erst ein paar tausend Kilometer drauf. Und immer kann Firma Stumm in kürzester Frist Ersatz beschaffen. Dasselbe Modell, nur anders in Farbe, Ausstattung, etc. Und das hätte Ihnen doch auffallen müssen. Na, was glauben Sie denn? Aber... Aber, aber, aber... Haben Sie wenigstens Ihre Direktion was davon gesagt? Natürlich habe ich das. Aber solange keine handfesten Beweise da sind... Die hätten Sie sich beschaffen müssen. Können Sie mir bitte sagen, wie? Wir von der Versicherung müssen natürlich davon ausgehen, dass alles seine Ordnung hat. Und weil die Firma Stumm seit Jahren, seit vielen Jahren unser Kunde ist... Haben Sie gemeint, am besten man zahlt? Durchaus nicht. Das haben wir nicht gemeint. Wir glauben am besten, man zahlt nicht. Nur... Ja? Wir sind natürlich der Sache nachgegangen. So weit uns das möglich war. Ja und? Was ist dabei rausgekommen? Nichts. Absolut nichts. Wagenpapiere, Nummern auf dem Motorblock. Immer alles in Ordnung. Und zur Polizei haben Sie nicht gewonnen? Nein, das wollten wir nicht. Ich habe in der Direktion davon gesprochen, aber die meinen, solange nichts bewiesen ist, können wir keinen Prozess anfangen, weil wir den mit Sicherheit verlieren. Und den Kunden dazu. Tja. Vielleicht jetzt zur Erfrischung. Irgendwas wäre doch nicht schlecht. Whisky oder Cognac? Ja, dann liebst einen einfachen Klagen. Sie haben doch die Nummern von den gestohlenen Wagen in Ihrer Akten. Selbstverständlich, wir haben alle Kennzeichen von den gestohlenen Autos. In der Nähe der Tankstelle. Guten Abend, Herr Feigl. Nein, nein, bitte sitzen bleiben. Fahren Sie bitte voraus um die Ecke und halten Sie an der Garage. Ich möchte nicht, dass der Tankplatz hier sitzt. Ich gehe schon voraus. Ja? Das darf ja nicht wahr sein. Das ist ja die Fahrgestellnummer von dem zuletzt gestohlenen Wagen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass eine Frau wie Sie... Wenn Sie rauchen wollen? Nein, 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 danke schön jetzt. Wie das möglich ist. Mein Mann, ein gesunder Mensch, sitzt beim Frühstück, sagt, mir wird auf einmal schlecht, fällt vom Stuhl und ist tot. Verstand ich. Kinder, das Geschäft, von dem ich keine Ahnung hatte. Was macht eine Frau, die nichts versteht? Fehler. Die Angestellten, Kunden, die ganze Organisation. Das sind Probleme, in die muss man hineinwachsen. Das kann man nicht von einem Tag zum anderen. Unser Meister damals... Das war ein guter Mechaniker. Aber als Mensch... Der hat gleich gemerkt, ich schaff's nicht. Und als ich allein war... Die Kinder musste ich ja fortschicken, ins Internat. Und dieser Mensch... Grantig, aggressiv, nur Vorwürfe. Linsich habe ich gesagt, so kann ich nicht. Von den eigenen Leuten fertig gemacht werden, Tag für Tag. Das halte ich nicht aus. Sagt er. Das brauchen Sie nicht auszuhalten. Ich geh. Ich habe ihn seriert. Und der anderen hat sich einer vorgestellt, der hat mir gefallen. Der Jirisch. Das war ein schöner Loden. Und den schupfen Sie ganz allein? Schupfen? Ich meine, den schmeißen Sie ganz allein? Naja, schmeißen. Ich versuch's halt. Ein bisschen grober Brocken für eine Frau. Dann sind wir uns ein. Naja, und das mit der Unterkunft. War das wirklich schön? Fürs erste Zimmer im Haus, und dann sehen wir weiter. Das ist ein Anfang. Fast zu schön, um wahr zu sein. Und wann fangen wir an? Sagen wir am Montag. War stumm? Auf eine gute Zeit. Auf eine gute Zeit. Er hat bei Ihnen im Haus gewohnt. Die ersten Wochen. Sie waren allein mit ihm? Ja. Das hat er natürlich ausgenutzt. Da schau. Plaketten. Rohlinge. Stempel. Stempel. Stempelkissen. Fahrzeugschein. Wo hast denn du das her? Ja. Das können wir kaufen. Wo denn? Ein Papierladen nicht. Aber Arti, das ist doch Versicherungsbetrieb. Ach, wo durchfallen Versicherungen auf, hm? Durch ihre Paläste. Wer hat nach dem Krieg gebaut, als der Normalverbraucher das Wort bauen noch gar nicht gedacht hat? Versicherungen. Mit welchem Geld? Unter anderem mit denen wir an der Währungsreform unter den Tisch gewischten Lebens- und Reutersversicherungen. Hast du das nie gehört? Das stimmt. Mein Vater hat seine Lebensversicherung zweimal verloren. Ja, bitte. Er hat einen einen Schaden, wo es muss er. Du, wir leben es doch täglich im Geschäft. Kämpfen mit der Versicherung, die nur ein, zwei wenig zahlen. Am liebsten gar nichts, ne? Das legale Beschiss, der meint ist illegal. Das ist der ganze Unterschied. Na ja, da ist schon was Wahres dran. Aber Arti, wenn man so denkt, da kommt man auf ein falsches Gleis. Also der Reit denkt, das ist immer gefährlich. Ich mag jetzt überhaupt nichts mehr denken. Eine Frau wie Sie, in einer Situation wie Sie, verfällt zu einem Gangster und merkt gar nicht, dass der sich heran macht. Ich bin nicht verfallen. Er hat sich nicht herangemacht. Es war so, wie ich sagte. Sie haben drei Kinder, Frau Stum. Sie hatten einen Mann, der sehr angesehen war. Er war auch ein guter Mensch. Aber als Mann, heute weiß ich, man sollte etwas erlebt haben, ehe man heiratet. Wie hoch war der Anteil von Gerisch? Anfangs halbpart. Dann habe ich weniger genommen. Zuletzt nichts mehr. Sie haben sich also distanziert? Es war ausgemacht, dass die Serie hier aufhört, wenn die Bankschulden getilgt sind. Ja, aber die Serie hörte nicht auf. Hat er sie unter Druck gesetzt? Nie. Der Aktive, ja, das war er. Aber wenn ich mich widersetzt hätte, wäre Schluss gewesen. Schluss auch mit ihm. Geben Sie es doch zu, Frau Stum. Sie haben Angst gehabt, ihn zu verlieren. Sie wären doch nie auf die Idee gekommen. So war es nicht. Immer schieben Sie alle Schuld auf ihn. Herrgott, verteidigen Sie den Kerl doch nicht noch. Er hat ihre ganze Existenz ruiniert. Oben drin hat er sich nach Strich und Faden betrogen. Das ist nicht wahr. Wissen Sie es genau? Ich hoffe es. Die Wahrheit ist, er stand unter Druck. Er hat immer alles allein gemacht, bis auf die Autoschlüssel. Wer hat dann die gemacht? Ein Schlosser. Wer war das? Wir sagten immer nur, der Lieferant. Und der hat ihn unter Druck gesetzt? Ja, vor einem halben Jahr. Ich sagte, ich gebe zu. Ich wollte, dass es ein Ende hat, dass es aufhört. Da sagte er mir, dass der Mann eine Garantie verlangt hätte. Wie viel hat ihm der Jirisch bezahlt? 500 pro Schlüssel. Und dazu eine Garantie für so und so viele Aufträge. Ich sagte, zahl ihn aus. Mach Schluss. Ich will nicht... Nichts mehr damit zu tun haben. Sengst du ein Sturm wörtlich, was ich gerade gesagt habe? Tja. Wie soll es jetzt weitergehen? Den Schaden werden sie ersetzen müssen. Das sowieso. Polizeipräsidium Leopoldtinerplatz. Der Feige ist ja nicht da. Der muss irgendwo im Haus sein. Sein Wagen steht nämlich schon unten. Stell dir das vor. Sieben Parteien im letzten halben Jahr. In der Wohnung neben der Mathilde? Ja, soweit feststellbar. Wahrscheinlich sind es noch mehr. Naja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich brauche den Feige dringend. Können Sie mir sagen, was an so einem Gangster dran ist? Ruiniert ihr die ganze bürgerliche Existenz. Der Saukerl betrügt sie. Und sie verteidigt ihn noch. Da. Mit der eigenen Tochter. Weißt du das? Ja, ich habe es ja nicht gesagt. Verstehen kann ich Sie, Feige. Nee, ging es wahrscheinlich ganz ähnlich, aber das gestern Nacht, das war doch ein Hilferuf, nicht? Und wenn ihr einer noch helfen kann. Ich meine, soweit das überhaupt noch drin ist, dann sind Sie das. Sie wissen wie kein anderer, was ihr jetzt noch nützt, was es beispielsweise wert ist. Wenn sie sich stellt. Eine schlimme Geschichte ist sicher, Feige, aber wenn Sie sie aus der Hand geben. Ja, Herr Hertinger. Verstehen? Danke. Feige. Herr Breitschneider, was ist denn? Wenn ich es Ihnen doch sage, die Putzfrau hat den Leu am Foto erkannt. Ja. Ja, natürlich hat sie es gesagt, dass er mit dem Jirisch bekannt war. Einen Schafoljanka hat er auch. Den soll er vom Jirisch haben. Und der Jirisch hat ihn von der Frau Stumm. Breitschneider, lass uns sofort den Leu vorführen. Also, den Jirisch haben Sie nicht gekannt. Und Schafoljanka haben Sie auch keinen gehabt. Weder das eine noch das andere. Auch kein Geschenkten? Geschenkt? Geschenkt von Jirisch. Schluss jetzt mit dem Leu. Sie sind überführt, Schuhlein, Eduard. Hier, Polizeiakte Hamburg. Schuhlein, Jirisch. Verurteilt in Hamburg, eingesetzt in Fulspüttel, wo Sie, Schuhlein, getürmt sind. Und um die Schlüssel ist gegangen. Da, um diese Rohlinge. Und Sie haben den Schafoljanka angehabt, den er der Jirisch geschenkt hat. Außerdem hat er das große Geschäft gemacht. Und hat sie mit ein paar Hundert abgespeist. Jöse Schwein. Deswegen haben Sie meinen Schädel eingeschlagen. Halt nicht, ein Unfall wart. Das ist Ihre Version. Keine Version. Wahrheit. Er hat einen Krach gekriegt auf der Fahrt. Der Autoschlüssel. Weil eine Gemeinheit war, wie er mich beschissen hat. 100 Mark für den Schlüssel. Kann man heute noch für einen blauen Lappen kaufen. 500 haben Sie gekriegt. Nee, 100. Und wie er mich erst behandelt hat. Eher eingepuppt wie ein Playboy. Porsche, Duftebude, alles und ich. Er hat damit nicht wenigstens ein Obdach heben müssen. Aber nee, verbeten hat er sich noch in seine Idylle da aufkreuze. Einziges Mal hab ich's mir trotzdem erlaubt. Mein lieber Mann, da war was los. Da hat er mir vielleicht zusammengeschissen. Jetzt zur Schlägerei. Wie war das? Also, wir hatten einen Krach gekriegt und da... Na ja, plötzlich hält er an und brüllt, los, raus. Raus. Ich bleibe sitzen. Er reißt die Tür auf und prügelt mir aus dem Auto. Wie er mir dabei zugerichtet hat, das sehen Sie ja. Ich wehrte mir. Notwehr! Er fliegt mit dem Schädel auf die Straße. Das knallte wie eine Kokosnuss. Da lag er. Na, ich dachte mir, der ist hin. Der Heiken ist die Büsche geschleppt und bin getürmt. Mit seinem Wagen. Mit was denn sonst? Laufen konnte ich gar nicht mehr. Ihre Vorstrafenliste ist lang, Schulein. Totschlag ist bis jetzt noch nicht dabei. Notwehr! Sie sind abgehauen, ohne sich um Hilfe zu kümmern und haben den Verletzten liegen lassen. Das kann ich mir meine Lahn nicht leisten. Also wir verdrehen sich dann auf. Er lebt ja. Nicht mehr! Gierich ist gestern gestorben. War das? Ja, ja, ist schon gut. Gut, weiter, was haben Sie dann gemacht? Wenn ich heute untergetaucht bin ich. Darf ich mal unterbrechen? Ja. Darf ich mal. Schreiben Sie mal folgende Zahlen. Zwei, drei, vier. Verzeihung nicht. Also schreiben Sie. Zwei, drei, vier, acht, neun. Acht, neun. Ich kann es nicht mehr. Seine Klaue. Damit sind die Telefonnummern auch geklärt. Zu wem wollten Sie denn, als wir Sie in dem Haus festgenommen haben? Meier-Vassili? Bondra-Ziszek? Passavant-Gustard? Ich habe überhaupt nichts mehr. Kennen Sie vielleicht auch eine Mathilde Jahn? Am Arsch könnt ihr mir lecken, da wo es am Dustersten ist. Ihr seid ja nur Lehrlinge. Übrigen, ey. Ich widerrufe, ja? Ihr habt mal glatt die Verfahren. In Ordnung, abführen. Vor wem jirisch ist es doch. Mir könnt ihr ja viele erzählen. Abführen. Aua! Das ist doch auf, Mann. Selbst da hat sie zu dämlich an. Ja, was anderes wird ja auch nicht Bulle. Mann, ich muss mal scheißen, mir jetzt in die Hose. Ja, hier, Feigl München. Kommissar Trim, ey. Am Apparat. Parfeige. Na, gratuliere. Hallo. Hallo, Kollege. Was ist denn da los? Das ist ein Neuer. Was grünt der da? Das kann ich mir vorstellen. Ein ganz ausgekochter Knochen, dieser Schuhlein. Er weiß, dass ihm die Verwahrung blüht und deswegen zieht er noch mal alle Nummern auf. Übrigens, Herr Kollege Drimmel, das Thema ist zwar noch ein bisschen verfrüht, wir müssen das Ermittlungsverfahren ja erst abschließen, aber wir werden den Knaben gerne wieder los und nachdem er zu Ihnen gehört, nach Fulzbüttel. Moment mal, was soll? Herr Feigl, ist der Läu? Ich meine der Schuhlein. Kollege Drimmel, ich rufe später noch mal an. Ende. Was ist denn? Am Lokus. Den Polizisten hat er niedergeschwankt. Also, was ist los? Ich wollte gerade auf die Toilette. Da finde ich den Mann da am Boden. In Handschellen, ohne Uniform. Wissen Sie wenigstens, was seine Pistole noch hat? Nein, die hat er bestimmt. Ich lasse es alles zu liegen, das ist ein Notarzt. Ja. Herr Feigl, was ist denn? Der Läu ist weg. Er wollte weg mit einem Bereitschaftsjahr. Ist er weg oder ist er nicht weg? Er ist wieder zurück ins Gebäude. Er flüchtet auf die höchste Spitze des Polizeigebäudes. Als er von dort aus auf das andere Dach springen will, verfehlt er das Dach und stürzt in die tödliche Tiefe. Na, hattest du ein schönes Kopfkino? Danke, dass du Hör mal zu eingeschaltet hast und danke auch, dass du jetzt den Daumen drückst und uns dafür dankst, dass wir dir werbefreie, kostenlose Unterhaltung bieten und das 365 Tage im Jahr. Bis demnächst und immer schön retro bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020